Der Einsatz von Bayern Münchens als Star Arjen Robben im Bundesliga-Gipfel am Samstag, 18.30 Uhr im Leiftika, bei Borussia Dortmund ist fraglich. Es geht besser. Aber man muss sehen, ob er die nächsten Tage trainieren kann, sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic nach dem 2-0-1-0 des deutschen Rekordmeisters im Champions-League-Gruppenspiel gegen AEK Athen. Robben, 34, hatte gegen die Griechen wegen einer Knieblockade gefehlt. James beim BVB einsatzfähig Dafür stand der zuletzt angeschlagene James am Mittwochabend im Kader der Bayern und wird auch im Topspiel beim BVB einsatzfähig sein. Lebe die Bundesliga-Highlights auf der ZN. Hol dir jetzt deinen Gratis-Monat. Verzichten muss Trainer Niko Kovac weiter auf die verletzten Thiago, Couranteng, Tolisso und Kingsley kommen. Mehr zum FC Bayern Mehr zum FC Bayern